Hallo! Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Sims. Auf unserem Hausboot sind wir jetzt. Wir müssen erstmal gucken, wie viel Geld wir brauchen. Könnten wir eben einen Hochschultest ablegen. Mal gucken. Geht's ja beiden gut. Das wäre dann ja eigentlich eine top Idee, das zu machen. Weil man muss einem auch gut gehen, um einen Hochschultest gut abzusorvieren. Vielleicht kriegt sie ja ein paar Punkte bei der Mäßigung. Fahrgemeinschaft Versalla, musst du die nicht irgendwie erst in einem Tag los? Ja. Mal sehen, was da passiert. Vielleicht können sie ja sogar mit dem Geld dann noch die restlichen Punkte machen. Mal sehen. So, das... Lady. Teilstipendium. 1505 von 2400. Hält 1700 pro Semester, wenn sie sich das nächste Mal an eine Universität einschreibt. Ja, ihren Preis in Wirtschaft? Nachwuchspreis für Technik? Nachwuchspreis für Sport? Okay, aber wir müssen ja das hier nehmen. Ja. Okay. Das wird genie, ehrgeizig, böse. Okay. Das hilft natürlich nicht weiter, ne? Aber es wird günstiger. Können ja mal gucken, wie teuer es werden würde. Wenn wir jetzt beide den Hochschuldings machen würden. Dann schauen wir mal gleich, wie teuer es insgesamt sein würde. Vielleicht müssen wir ja gar nicht so viel arbeiten. Das Wasser sieht echt gar nicht so schlecht aus mit dem Regen. Was hier vorne ist... Kleidung für Abschiedsfrau. Umgebung betrachten. Oh, kein Stipendium. Richtig miese Punktzahl war es Zoller. Okay, wir gucken mal. Was passiert, wenn wir uns jetzt versuchen einzuschreiben? Äh... Was denn? Nicht leicht? Nee. An Universität einschreiben. Wir schauen mal, wie teuer es werden würde. Wie viel Geld wir haben. Wenn wir es jetzt schon schaffen, ist es doch gut. Fasziniert. Okay. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie viele Punkte sie überhaupt braucht, ne? Ach, da steht sie ja. Äh... Aber sie macht jetzt mal in einem Semester dann 18 Punkte. Das Salakaram braucht nur noch... 4... 40... 12 Punkte. So wäre das dann. Das heißt, wir brauchen 1775 Dollar. Leider schaffen wir das nicht in zwei Tagen, oder? Außer, wir verkaufen Dinge. 1775. Hm. Das heißt... Förderung vor 1000 Dollar. Das heißt, sie muss 18 Punkte machen. Und sie nur noch... 12. Aber sie lernt ja gut. Gut. Okay, wir brauchen irgendwie 1775 Dollar. Mal sehen. Ja, das ist doch schon mal... Das können wir erst mal verkaufen. Das ist schon mal 500 Dollar. Ne, ist zu wenig. Das können wir mal loswerden. Die blaue Topas kann weg. Das ist das hier. Der Abschlusszwerg. Jetzt haben wir ja schon das Geld. Ja, nice. Da können wir uns eigentlich schon wieder einschreiben. Und dann schreiben wir uns direkt einen, ne? Liebe erklären, Susa. Das ist einfach nur zuerst und dann schreiben wir uns ein. Okay. Okay. Dazwischenrufen? Alter. Nix. Wir schreiben uns ein. Oh. Wegen Dazwischenrufen? Oh. Oh, Asala. Das war ja richtig gemein. Oh, wir kriegen sogar Geld. Wegen 2.000 Teilstüben. Stundengebend. Hä? Achso, ich glaube, ich habe mich vorhin verklickt, oder? Wir müssen ein Semester machen. So, Lady. Lady muss 18 Punkte machen. Und sie muss 12 machen. Was? Okay. Das war jetzt dumm. Das heißt, wir brauchen nur noch ein bisschen Geld. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade exakt erreicht. Kann das? Und dieses Buch kommt jetzt auch nochmal weg. Jetzt müssen wir es aber haben. Mann. Das dritte Mal, dass wir bei der Uni anrufen. Die wird auch bestimmt genervt sein. Schon wieder. Das habe ich ihr vorhin gerade schon erzählt. Wie viel Geld das kostet. Können Sie sich das nicht merken? Sie haben gerade Geld bekommen. Achso, weil wir das... Gut. Jetzt aber hier. So, ein Semester. Sie muss 18 Punkte machen. Ah, nee. Ist das falsch? Warte mal. So, ein Semester. Sie muss 18 Punkte machen. Und sie 12. Jetzt habe ich es. 18 und 12. Wir haben auch genug Geld. Crazy. Sie ist ja sicher... Also, ich gucke nochmal. Kommunikation ist eingeloggt. Wirtschaft, Medizin ist eingeloggt. Okay. Ja. So. Auf dahin. Los geht's. Lady steigt ins Taxi ein. Asala kommt auch. Okay. Und da laden wir wieder zur neuen Stadt rüber. Ich sag mal jetzt, was wieder so lange dauert beim Laden. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020